Die freiheitliche Position zur Migration ist wie immer sehr klar gewesen. Wir haben jahrelang stets vor diesen Entwicklungen gewarnt. Unsere Warnungen wurden stets immer in den Wind geschlagen. Wir wurden als Hetzer bezeichnet und nun haben wir diese Situation, dass wir überschwemmt werden. Es ist ein völlig ungeregelter, nach wie vor ungeregelter Zuzug. Wir müssen diesen in den Griff kriegen. Wir Freiheitlichen werden dafür klare Positionen beziehen, gerade vor der Wahl, damit die Menschen in unserem Land auch eine Wahl haben und entscheiden können, wer hier für ihre Interessen eintritt und wer sich hingegen einem nebulösen Multikulti-Traum verschreibt und weiterhin Tür und Tor offen lassen will. So kann es nicht weitergehen. Wir sind sehr froh, dass unsere Nordtiroler Parteifreunde hier vollkommen mit uns auf einer Linie sind und werden konsequent diesen Weg weitergehen.